Alter Riech, mega! Wo? Also der Berg ist sauber, der Berg ist clean Alles erlaubt Ja, ja, Futter ist nicht negativ Was? Oh, ich werd schon wieder belegt, jetzt ist Futter positiv Wo ist denn hier die Panzerstation, Alter? Technikallage Ich hab grad blöd Ganz hinten auf der anderen Seite normalerweise Aua, 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 Aua Bin ich grad nicht, Alter, ich krieg da Was wirst du hauern? Nein, wir hatten das Guide und ist abgegrast gerade Aber die sind über uns Da unten bin ich tot Da waren Terraner, Spielrun Ich bin behindert Kommt noch ein Sunny oder kommt kein Sunny? Oh, scheiße Doch, da kommt noch ein Sunny Alter, was ist denn heute los? Wie viele Sunnys haben wir heute? Das ist, wenn ich auf der Karte angezeigt hätte Wo die scheiß Wichsdinger sind, Alter Rede der nächste mit mir Ich will doch reißen und ja Ah, Leitling Na, das ist nix Das ist auch nix Ich seh die da oben gar nicht, wo die überall stehen Die Marker mal hochballern Sorry, Leute, ich bin echt erkemmt, das ist zum Kotzen Dann lieber schnupfen als husten Dann lieber schnupfen als husten Ich geh in den Nahkampf über Pfff, wir suchen mal die Seko, die sich vergeschanzt haben Ein Infiltrator ist ein Spion, ne? Ja Ja, Futter Ein Infiltrator ist ein Spion Ja, und ich hab'n Level 100 weggemacht Gemutz Hat sich auch gemutzt Ich hab'n so fliegend Lichtbälle direkt Irgendwie immer so vor meinem Gesicht Ich versteh' nicht, wo die herkommen Hm, vielleicht mal die Brille putzen, den Monitor sauber machen Ja, gut, ist er Nein, jetzt sind sie mich erwischt Hehehehe Der Push hin, Alter Nice So, ich hol' mir jetzt n'n PB Lightning N'n PB? Ich hol' dir lieber Heat oder so Weil hier sind überhaupt keine Panzer Doch, hier zum Beispiel der Harry Und das ist kein Panzer Hab' ich schon Und jetzt hat mich da Unbesitz Da hab' einfach instantier Harry gesprengt Und ich kann auch mit'n PB in der Harry wegholen, glaub' mir Wo, stell' ich direkt vor mich, mein Freund Das ist immer gute, gute Taktik als Spion Und schon könnte ich das dann, oder? Aua Aua Nicht töten Töten ist wär Bange Donkey Noch doch nicht Aua Aua Oh, schon Komm die Schüsse her Nein, das Fresse Der ist mal mega, mich zurückziehen, Alter Richtig Mega Bo Also der Berg ist sauber, der Berg ist clean Und der ist es Und der ist es Wo ist der? Da ist der Der wird versammel Na, die sind mir ab, mit drücken sie gerade wieder zurück in wer sie sich Ja, die dringt die mit zurück Aber trotzdem hat Terana halt 50% ne? Banus Tarane Banus Banus, wir kämpfen gegen Banus Drück mal Tab Ja, wenn jetzt gewisse Kontrolle ist, ja Ja, ist ja auch alarm hier, ne? Ja, ist ja auch alarm, ne? Hosen 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 Aber ist eh für den Arsch Hosen ist eh für den Arsch Hosen ist eh für den Arsch Hosen ist eh für den Arsch Ja, eben, also beschwer dich nicht Ich beschwer mich doch nie Sei doch froh, wenn ich hier denn ihre Panzer zerleg Ihr habt ja gemeint, ja, das ist unnötiger als PB hier Voll für den Arsch Ja Das ist gut so Mach weg die Scheiße Du bist ja hübend, du bist ja direkt neben mir Ja Ich hab hier gerade direkt vor dir einen Sandy zerstört Der stand hier im Hang Oh, jetzt hab mich Und jetzt hab ich hier einfach eine Liste weggeschossen Weil ich mir auch mit PB-Skill hab Jetzt schieß ich die Max des Oben vom Balkon runter Druck gedaufen Und Kill Max Kill the Max? Ja Das Spiel gefällt mir Das Spiel gefällt mir Natürlich gefällt's, ja Ah, scheiß Max, Alter ... ... Das kommt gar nicht an die.. Oh, jetzt kommen die ganzen panzerbrechenden Max's... aus Eck Ja Hm... Die sind nicht mehr ganz so angenehm Ja, wieso? Das macht doch nicht so Geschiss wegen diesem bisschen Panzerbrecher. Stirb! Stirb! Jawoll, ein schwerer... Nein! Dafür hat sich der andere gekillt. Ach, Mann. Bäm, in die Fresse. Aber das machte mal wieder richtig fun eigentlich, so ein bisschen. Ich glaube, das muss man mal Pause machen, also, glaube ich, wenn man zu oft zu lang ein Spiel spielt, macht es einfach keinen Bock mehr. Oh, Terranas sind irgendwie bei uns im Dings drinnen. Im Dings drinnen? Im SKE. Ja, aber sie können es nicht kämpfen, aber sie sind da drin. Lass sie drin. Lass sie dran. Ich töt die. Oder das, eins und beiden. Jetzt soll ich mir lieber sagen, oder? Geh weg, weg, weg. Ich will ja hin. Das müssen wir retten. Das war dämlich. Ah, beide weggeholt. Wie ein Boss. Mit der Shotgun, mit der, ähm, mit der nicht splitternden Munition. Ich weiß nicht, wie die heißt. Also, wenn du jetzt rauskommst, wir haben hier eine schöne Straße von Sunny. Zwei, vier, sechs, acht, zehn Sanderer stehen und wir kommen nicht aus dem Arsch. Wir kommen nicht aus dem Arsch raus. Nein. Oh, nein. Nicht durch. Vielleicht gefällt es uns im Arsch. Ja, ich weiß nicht, was du, was du so stehst, aber das, nein. Nein, nein, nicht in meinem. Hast du nicht gesagt. Ja, wir haben davon geredet, dass wir in einem Arsch sind und nicht rauskommen, habe ich gemeint, ja, vielleicht wollen wir ja nicht wieder raus, ne? Äh, wisschen. Ja? Ja? Markus, wieder ganz sinnlose Kommentare. Ja, ich hab halt B gedrückt und dann hat's halt nicht zu nütten. Das ist das bisschen weggehen. Ach so, ja, 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 trinke ich auch immer. Wenn ich gelockt, werd B drücken. Ach so, ja, B ist, B ist die ultimative Heilmüll gegen Lockons. Das entlockt dich. Ding mal Munitionssander, oder? Seitdem der Patch da war, äh, nee, du musst zurückfahren, Technik. Okay. Ja, ich hab auch noch keinen gefunden, ich muss auch mal dauernd zurückfahren. Oh, fuck. Soll ich was? Braucht du Munis-Sandy? Ja, damit würdest du hier bestimmt gut Punkte machen. Ja, ich komme, ich komme. Das ist das Einzige, was ich gesertet habe, Munition. Wenn's um Punkte geht, dann ist der Footer sofort dabei. Ja, ich muss noch ein paar Levels abmachen, ich muss nicht einholen. Ich muss noch 120 werden. Mir langs eigentlich eins besser als du, reicht mir schon. Ja, das ist ja nicht schwer, nachdem ich das Spiel nicht mehr spielen, ne? Oh, B. B drücken. Ah, verdammt. Hier weggeweck. Verkehrte Seite. Bald, nein. Spielst du jetzt gar nicht mehr, oder nur jetzt eine Zeit lang nicht mehr? Ich werde wahrscheinlich dieses Spiel erstmal nicht mehr spielen, ja? Also eine Zeit lang nicht mehr. Ja, ich kann das nicht unendlich voraussagen. Ich weiß ja nicht, ob ich in einem Jahr auf einmal sage, yo, Planet Site. Planet Site 2.0. 2.0 wird das Spiel auch nicht mehr retten. Es wird wahrscheinlich so viele Bugs reinbringen, einfach. Aber das Spiel hat auch keine Bugs. Das Spiel ist besser als alles andere. Da können wir Line of Defense spielen, oder so. Wird aber am besten dran. Ich fahre in die verkehrte Richtung. Ja, da ist kein Kampf. Tschüss. 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 Tschüss.